Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeuge. In unserem Lego Star Wars Adventskalender sind wir jetzt bei Türchen Nummer 7 angekommen. Ein paar Teile haben wir jetzt schon aus unserer Star Wars Eiswelt, passend zum Winter. Wir machen jetzt erstmal das nächste Türchen auf. Und das ist vermutlich auch eine Art Geschützturm, aber wir müssen uns das erstmal genauer anschauen. So sieht die Waffe dann aus, wenn sie aufgebaut ist. Hier vorne könnte man annehmen, dass das Schnee ist. Das heißt, es ist eine Art Schneekanone, die auf so beweglichen Füßen steht. Hier vorne haben wir noch ein Zielfernrohr. Ich stelle das jetzt mal in unsere Star Wars Winterwelt. Wenn ihr wissen wollt, was sich hinter den nächsten Türchen verbirgt, dann guckt einfach fleißig unsere Lego Star Wars Adventskalender Videos. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Bis dann!